Guten Morgen von meinen nassen Haaren und mir. Ich möchte wieder einen Wochenvlog starten. Heute ist Montag, 8.30 Uhr ungefähr. Kinder sind schon aus dem Haus, sind wir im Kindergarten. Vincent heute den allerersten Tag in der Schule. Und ich war auch schon einkaufen. Und ich muss jetzt unbedingt aufräumen, denn durch den Schulanfang am Wochenende ist natürlich einiges hier zu Hause liegen geblieben. Und dem werde ich mich jetzt widmen. So, ich fahre jetzt los, nacheinander die Kinder einsammeln. Und mal gucken, ob Vince heute schon irgendwelche Bücher mitbekommen hat, dass wir gleich noch fahren, die einschlagen, Umschläge zu besorgen. Und Achtung, ich zeige euch mal kurz. Da gehe ich jetzt raus. Es gießt wie in Strömen. Ja, schön. Hab mir ja gerade erst die Haare geglättet. Hm, gut. Also ich mag Regen tatsächlich, wenn ich drinbleiben kann. Na ja. So, hat jetzt jemand Lust, das Kolbjörn für mich aufzubauen. Das wird nämlich Vincent neuer Schuelschrank in so einem geilen Grün. Und ich hasse es, so einen Scheiß aufzubauen. Ich hasse es wie die Pest. Dauert jetzt bestimmt drei Millionen Stunden. Was ich jetzt mal ernst habe, es kann doch niemanden geben, der Bock hat, sich stundenlang mit sowas auseinanderzusetzen. Wenn ich sehe, was das schon hier, wie viele Seiten das jetzt schon wieder sind. Ich habe schon gar keine Lust überhaupt anzufangen. Ich hasse so einen Scheiß. Guten Abend. Ich weiß nicht, was das hier für ein Film ist, der hier über eine Kamera läuft. Ich hatte, ich glaube, das ist das Licht. Ich hatte gerade noch ein Abschlusscoaching. Das heißt, wir haben jetzt drei Monate Zeit miteinander verbracht und hatten intensives Coaching. Das war heute unser letztes Gespräch. Das geht einem immer dann so nah. Aber man bleibt ja in Kontakt. Und die meisten entscheiden sich dann nach ein paar Monaten, das Coaching einfach vorzusetzen. Und ich musste euch einfach zeigen, wie süß sie ist. Ich habe halt hier die ganze Zeit gesessen und Ginny reagiert ganz krass auf meine Stimme. Also wenn ich Meditation aufnehme, ist die immer in der Nähe. Wenn ich Interviews mache, dann sieht man die auch ganz oft durchs Bild laufen, weil sie von meiner Stimme halt angezogen wird. Oder wenn ich hier halt sitze, tagsüber oder auch abends und coache, dann legt die sich super gerne daneben und schläft halt ein. Und ich bin so glücklich zwar mit einer der besten Entscheidungen, diese Katze aus dem Tierheim zu holen. Die ist wirklich ein Goldschatz. Und dann auch noch Lilly dazu zu holen, die so eine ganz, ganz enge Beziehung zum Vincent aufgebaut hat. Und ich merke auch, dass den Kindern das unglaublich gut tut, mit Tieren aufzuwachsen. Und es mir auch gut tut, die Katzen so um mich zu haben, weil die einfach so liebevoll und so lieb und so süß und so dankbar sind und so schön. Guckt sie euch doch mal an, wie schön diese Katze einfach ist. Ja, das wollte ich kurz mal loswerden. Und damit beenden wir heute Vlog-Tag Nummer 1 und sehen uns dann morgen wieder. Übrigens, die, was ich vorhin gemacht habe, die hängt jetzt da. Bis morgen. Gute Nacht, mein Engelchen. Guten Morgen am Dienstag um 8.30 Uhr. Störgeräusche im Katzbaum. So, ähm, ja. Der erste Schultag war mega viel Input. Also ich meine, wenn ich das als Mutter schon sage, dass das sehr viele Informationen waren und viel, was du bedenken und organisieren musst, will ich, ich will gar nicht wissen. Und kann es auch gar nicht erahnen, was das dann tatsächlich für die Kinder bedeutet. Nun ja, heute ist Schultag Nummer 2. Ja, Stimmung könnte besser sein, aber es könnte auch schlimmer sein. Von daher kriegen wir das schon hin. Ähm, ich werde jetzt anderthalb Stunden hier zu Hause was arbeiten. Und dann bin ich zum Frühstück verabredet in großer Runde. Freue ich mich schon sehr drauf. Heute regnet es auch nicht mehr. Gestern hat ja wirklich permanent geregnet. Ich habe auch nur 20 Minuten auf Vince vor der Schule warten müssen, was nicht an ihm lag. In strömendem Regen. Ich war ein Glitsch nass. War schön. Nun ja, jetzt habe ich einen Schirm im Auto. Für den Fall der Fälle. Ich habe gerade Wetterbericht im Auto gehört. Es soll bei uns nochmal richtig, richtig schön warm werden am Freitag. Also so sommerlich warm. Ja, gut. Ich starte jetzt, denn heute startet meine Meditationschallenge über meinen WhatsApp-Coaching-Impulseverteiler. Ist auch ein langes Wort. Da freue ich mich jetzt sehr drauf, da den ersten Meditationstipp und die erste Meditation teilen zu können. Ihr könnt ja kurz mal den Vlog pausieren und mal in die Kommentare schreiben, wer dabei ist und wer die vier Tage lang meine Nachrichten erhalten hat. Und wie es euch so gefallen hat. Und wir sehen uns dann wieder. So, ich bin jetzt schon wieder vom Frühstück zurück. Und mir fiel gerade ein, dass ich heute eigentlich vlogge und vielleicht auch da ab und zu mal die Kamera in die Hand nehmen sollte. Denn ich bin jetzt schon wieder auf dem Sprung, Winds abzuholen. Und ich habe gerade in diesem Buch hier gelesen, Du bist eine Heldin, das Mitmachbuch für Mamas. Und das ist in Monate eingeteilt. Und weil ja heute der 1. September ist, habe ich, so wie jeden 1. des Monats, gerade das Kapitel des Monats gelesen. Und das war wieder sehr, 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 sehr schön. Und jetzt mache ich mich los, ihn abholen. Dann haben wir hier zu Hause zusammen noch so eine Dreiviertelstunde vielleicht ungefähr, dass er mir erzählen kann, wie es heute so war. Und wir noch ein bisschen Zeit zu zweit haben, bevor wir dann das kleine Kind abholen und zum Geburtstag fahren. Ich lese übrigens gerade parallel drei Bücher. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gemacht. Und zwar lese ich hier von Pam Kraut. Sei dankbar und werde reich. Jetzt nicht reich im Sinne von, ich werde Millionär, sondern im Sinne von Fülle, Lebensfreude, wie sie Erfolg und Fülle magisch anziehen. Und das ist so mit kleinen Übungen gespickt. Und deswegen lese ich da täglich maximal so ein, zwei Kapitel von. Und deswegen habe ich dann angefangen, ein zweites Ratgeberbuch zu lesen. Und zwar von Tichen Onaran. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Werde deine eigene Marke und hol dir den Erfolg, den du verdienst. Ich mag sie sehr gerne. Findet ihr auch auf Instagram. Und ich bin schon sehr gespannt. Hier bin ich allerdings noch gar nicht weit gekommen, weil ich halt das auch noch lese. Und ich lese ja immer parallel quasi was Ratgebermäßiges und was aus dem Bereich Belletristik, Unterhaltungsliteratur. Und da lese ich gerade Midnight Sun. Also Twilight aus der Sicht von Edward. Und die ersten Tage, also ich habe das Anfang des Urlaubs, kam das Buch raus, da hatte ich das dann direkt. Da habe ich die ersten zwei Wochen permanent jeden Abend drin gelesen. Und dann eppte es so langsam ab. Jetzt habe ich irgendwie seit zwei Wochen immer mal so sporadisch mal irgendwo zehn Seiten gelesen. Weil es gerade langweilig wurde. Aber ich will es auf jeden Fall noch zu Ende lesen, weil eine Freundin von mir hat sich auch schon darauf angemeldet. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist wirklich sehr schön. Hallo, guten Morgen am Mittwoch um 9 Uhr. Ich habe schon 17 Minuten heute Morgen mit dem Kundenservice von Amazon telefoniert. Ich hasse Gespräche mit Kundenservices, weil es einfach ewig dauert, weil man von Warteschleife zu Warteschleife gelangt. Aber es hat mir tatsächlich viel gebracht, weil wir jetzt endlich ein Problem, was ich mit meinem Konto hatte, lösen konnten, weil es halt einen Fremdzugriff auf mein Amazon-Konto gab. Mir steht noch ein Gespräch mit dem Kundenservice meiner anderen Brille an. Ihr erinnert euch, diese rosane Brille, die eigentlich gerade meine aktuelle Brille ist, mit auch meiner richtigen Stärke, kann ich seit Monaten mittlerweile nicht tragen, weil eins von diesen Nasenplättchen abgegangen ist. Und der Kundenservice von Mr. Spex einfach hundsmiserabel ist und man dort per E-Mail niemanden erreicht. Es wird aber gebeten, das erstmal per E-Mail zu machen, weil Corona und da sind nicht so viele telefonisch erreichbar. Aber jetzt habe ich echt die Nase voll und jetzt muss ich da tatsächlich anrufen, weil ich diese Brille einfach nicht tragen kann, weil die das nicht geschissen kriegen, Entschuldigung, auf meine E-Mails zu antworten. Ich glaube, ich habe da jetzt schon vier oder fünf E-Mails hingeschickt und bekomme einfach keine Antworten da drauf. Und deswegen ist das der nächste Kundenservice, mit dem ich mich dann auseinandersetzen muss. Aber ich habe immer Glück, ich gerate wirklich immer an sehr verständnisvolle, liebe Menschen am anderen Ende der Leitung. Da bin ich immer sehr glücklich darüber, warum ich solche Telefonate immer vor mir rausschiebe, ist, weil die halt echt so lange dauern und Nervenkosten. So, ich drehe jetzt mal Flix zwei Videos, die dann nächste Woche nach diesem Vlog hier online kommen und dann kümmere ich mich mal um die Fotos vom Schulanfang. So, übrigens dürft ihr sehr gerne an dieser Stelle einmal den Vlog pausieren und mir in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwelche Video-Wünsche habt, ob ihr den Wunsch nach einem Q&A habt, ob ihr ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Frage habt, zu dem ich mal ein Video drehen soll. Das Video mit den Entspannungstipps für Kinder, das habe ich immer noch auf dem Schirm, aber das wird es dann erst im Oktober geben. Aber fühlt euch frei, einfach mal gerade jetzt in die Kommentare zu schreiben, falls ihr euch ein bestimmtes Video oder ein Video zu einem bestimmten Thema wünscht. Ich mache hier gerade wieder so extrem ungesunde Sachen, die man nicht machen sollte. Ich esse mein Mittagessen, meinen Salat, bis schon mein Chor wachstehen und arbeite nebenbei. Das ist jetzt kein gutes Vorbild. Man sollte nicht essen und nebenbei was machen, aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ich sitze hier nämlich gerade und bastel bei meinem Online-Kursanbieter, Elo Page, die ganzen Inhalte in die einzelnen Module. Kann ich ja mal zeigen, ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon mal gemacht hatte. Hier das Inhaltsverzeichnis. Das sind die verschiedenen Module, die es geben wird. Das erste heißt, ich habe mein Glück selbst in der Hand. Dann kommt, ich weiß, wie es geht. Ich nehme mir Zeit für mich. Ich bin mir wichtig. Ich schätze, liebe und respektiere mich. Ich sehe all die guten Dinge in meinem Leben. Siebtes Kapitel heißt, ich bin Ruhe und Gelassenheit. Achtes Modul, ich kann mich jederzeit gut um mich kümmern. Modul 9, ich lasse los, was mich zurückhält. Da geht es halt eben um das Thema Loslassen, Verzeihen. Modul 10 ist das Modul, ich lebe im Einklang. Und Modul 11, ich bin so stolz auf mich. Das verrät noch nicht sehr viel, aber nähere Infos dazu werde ich bald mit euch teilen. Guten Morgen. Ich habe heute ein Fotoshooting. Und deswegen habe ich mir gerade mal die Haare gewaschen und bin noch ungeschminkt, weil ich das gleich erst noch machen muss. Ich packe jetzt aber erstmal alles zusammen, was ich zum Fotoshooting mitnehmen werde. Und es tut mir leid, ihr merkt, Vloggen ist nicht mehr so mein Ding. Ich kriege hier keinen roten Faden rein. Ich nehme einfach die Kamera in die Hand, wenn mir mal wieder einfällt. Eigentlich machst du gerade einen Wochenvlog. Aber ja, ihr müsst nehmen, was ihr kriegen könnt. Vince hat übrigens gestern noch ein paar Schulanfangsgeschenke bekommen, unter anderem das hier, was ich richtig cool finde, was wir heute Nachmittag mal ausprobieren werden. Da sind quasi in einem Stift schon so drei Farben drin. Nun kann man hier so verschiedene Sachen mitmachen. Bin ich sehr gespannt, ob sich das gut handhaben lässt, weil ich glaube, das ist eine richtig coole Sache und mal halt wieder was anderes. Bin ich sehr gespannt und ich hoffe, das ist gut. So, ich bin vom Shooting zurück. Kinder sind zu Hause. Falls ich schon erste Fotos habe, bevor ich den Vlog schneide, würde ich die jetzt hier an der Stelle anfügen. Ansonsten seht ihr die dann zwangsläufig irgendwie mal auf Instagram. Wisst ihr, was das Problem am Schulanfang ist? Wir hatten noch nie so viele Süßigkeiten im Haus. Da habe ich schon zwei Drittel bei meiner Mama gelagert. Nur ein Drittel ist hier. Und selbst dieses eine Drittel werden wir bis Weihnachten nicht schaffen, glaube ich. Aber es sind halt ständig auch geile Sachen da. und ich muss mega aufpassen. Ich habe mir dann jetzt immer so eine Tagesration rausgelegt. Das darfst du heute essen. Darüber gehst du nicht und es klappt tatsächlich sehr gut. Meistens habe ich davon sogar noch was übrig. Kennt ihr das? Wenn ihr es da liegen habt, esst ihr es dann gar nicht. Ja. Und die hier liebe ich sehr. Aber ich esse auch schon fast eine Woche an der Tüte mit den Kindern zusammen. Ich finde, das ist ganz gut. Gute mich. Guten Morgen am Freitag um 9.30 Uhr. Ich musste gerade mal gucken, ob es jetzt aufgehört hat zu regnen. Ich war schon einkaufen. Jetzt habe ich gerade so ein paar Sachen aufgeräumt. Ich werde jetzt gleich frühstücken und dann habe ich Coachings und dann gehe ich zum Sport. So sieht mein Vormittagsplan aus. Und nach dem Sport, wenn ich dann duschen war, hole ich dann beide Kinder ab. Und dann können wir so um 13 Uhr unser Wochenende einleiten. Auf was wir alle, glaube ich, mega Bock haben und uns freuen. Guten Morgen am schon wieder Samstag. Weil ich es einfach nicht hinbekomme, beständig zu vloggen, ist heute schon Samstagmorgen. 8 Uhr. Na? Es geschehen übrigens noch Zeichen und Wunder. Ich war es nicht. Aber jemand war so lieb. Und da hatten wir den Schrank aufgebaut. Wir müssen allerdings noch das Ganze in Waage bringen. Dann wird es auch mit den Türen funktionieren. Das machen wir später noch. Und ich finde die Farbe richtig, richtig cool. Und hier in dem Heft, es war übrigens richtig kacke aufzubauen, Ikea. Hier in dem Heft sieht man dass man hier noch so ein Regalteil draufsetzen kann. Und das werde ich tatsächlich noch machen. Also ich möchte gucken, dass ich mir... Ist halt... Ikea ist sehr schön gewesen, daneben zu schreiben, wie das jetzt bei euch heißt. Jetzt nehme ich das ganze Heft mit und frage euch, wie heißt das? Das möchte ich bitte haben, in der Senffarbe. Aber das finde ich noch ganz cool. Das werde ich noch hier oben mit draufsetzen. Guten Morgen am Sonntag. Wir machen heute wirklich einen Sonntag. Ich nehme euch ein bisschen in Bildern mit, aber nicht allzu viel. Wir sind jetzt gerade angekommen am Wildgehege. Da gehen wir jetzt erstmal eine Runde spazieren. Das ist so tolles Wetter. So toll. Wir haben heute so richtig schönes Spätsommer, Frühherbst, Wetter. Und es lädt so am Sonntag so wunderschön ein zum genießen und gammeln und so. Ich werde jetzt zwei Videos schneiden für nächste Woche und den Vlog jetzt auch schon hochladen, habe ich mir überlegt. Hier kommt sowieso nichts Anständiges mehr zusammen. Wir werden auch mal spazieren gehen. Ich werde noch ein bisschen lesen und mehr passiert hier heute auch nicht. Noch einmal der Hinweis an euch. Ihr könnt euch immer noch auf meine Warteliste für meinen neuen Online-Kurs stark statt gestresst als Mama und Frau eintragen. Das ist natürlich völlig unverbindlich und wenn ihr dann aber den Kurs kauft und auf dieser Warteliste steht, dann bekommt ihr ganz tolle exklusive Boni mit dazu. Den Link zur Warteliste findet ihr unten in der Infobox und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.